Ok, gut. Dann würde ich sagen, starten wir dann von der anderen Seite mal noch mit, wenn wir am Ziel angekommen sind. Und machen das Rätsel, meine ich, und dann machen wir hier das Rätsel. Ach genau, da wollte ich jetzt erst nicht schüssen. Oh, den müssen wir jetzt freischalten. Interessant. Ok, gut. Und zwar fahren wir hierher und da müssen wir halt da einmal aus rumlaufen. Bei dem hier müssen wir echt freischalten, den Anleggeplatz hier. Aber das ist kein Ding, da lauft man da aus. Oh, wir haben ja Datis jetzt noch mal lösen müssen. Ich vergaß. Stimmt, das Rätsel nochmal auch noch. Ich muss jetzt noch mal schauen. Boah, es ist laut. Der ist abartig. Könnt ihr mich noch verstehen? Ich glaube nicht. Hallo, 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 hallo. Mütze. Oh, oh, oh. So. 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 Jetzt könnte es eng werden. Okay. Nein. Nein. Ich habe den Winkel verpasst. Nein. Ich habe jetzt echt den Winkel verpasst. Ich habe den Übersprungwinkel verpasst. Nein. Boah, es ist ärgerlich. Danke, Gummi. Oh Gott, das ist jetzt ärgerlich. Boah, es ist ärgerlich. Uh, das ärgert mich jetzt wirklich. Ach, da sieht man sogar was, wo er drankommt. Cool. Cool. Haben wir das ja eigentlich schon? Also, ich habe da irgendwie durch. Ich habe da irgendwas. Das ist ziemlich. Ich weiß nicht, ob ich da mal gewohnt war. Hallo. Wir sind die Vita. Aber noch mit dem Rätsel, wo ich keine Ahnung habe. Könnte ich jetzt auch mal einen schon. Vielleicht haben wir jetzt den chlorreichen Einfall, wie das jetzt hier funktioniert. Ich glaube, es ist immer noch nicht so wirklich daran, aber es kann auch zeigen, wo wir stehen. Hm. Ich glaube, es ist immer noch nicht so, wie das hier funktioniert. Hm. Hm. Ich habe hier echt keine Ahnung, wie der Sick meint ist. Und wir müssten da hinten hin, das ist, naja, gut, dann frag mal doch mal, mach mal das liebe Internet, oh, die ist echt gut, die andere, die hat alles mit drin. Das ist nur die Frage, wo wir sind. Oh Gott, gibt es da noch viele Sachen? Ja, das ist es. Jo, ich will doch nur wissen, wie das mittlere geht, da habe ich doch keine Ahnung. Aha. Ein Ruh auf dieses Internet. Boah, jetzt hängt das im Hals. Und zwar So anscheinend. Oh, ich habe da einen Fehler gemacht, glaube ich. Egal. Nein, nicht egal. Kommen wir nur mal weg. So. 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 So, darf jetzt ein bisschen mehr drehen. Hihihi. Hihihi. Wir drehen uns. So. Es gibt uns nicht anscheinend nur zwei Positionen. Ja, jetzt sind wir hier. Jetzt sind wir hier, jetzt kommen wir aber hier runter. Jetzt können wir jetzt das Rätsel hier auch mal lösen. Otter. Okay. Ok. Ähm, ich wollte schon hierher, oder? Äh, 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 das ist doch nicht euer Ernst. Wie kommt man auf so eine Schnapsidee, sowas zu machen? Alter Schwede. Hilfe. Okay, gut. Gehen wir mal durch. Hier haben wir das und das. Dann haben wir hier zwei Lücken. Dann gehen wir hier, haben wir die Lücke hier. Dann haben wir hier die Lücke noch. Die schließen wir mit dem hier. Ne, da haben wir den Vier ein. Eins, zwei, drei, vier. Hier, so. Dann schließen wir die Lücke hier. Warte mal, warte mal, warte mal. Die Lücke. Die Lücke. Die Lücke. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, eins, zwei. Eins, zwei, drei. Okay, ich bin ehrlich, ich habe jetzt gerade in der anderen nachgeschaut, aber ich wollte es für mich selber auch verstehen. Und jetzt? Hä? Was ist jetzt? Was ist jetzt? Ah. Hä? Hä? Zurück zu Kreuzung. Ich muss doch irgendwie den da oben freischalten, oder? Täusche ich mich da jetzt. Hä? Bin ich jetzt total verwirrt? Ja? 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 Ja?